Ja und damit ein recht herzliches Willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Marco und wir schauen uns heute mal den Double Exposure Effect in Affinity Photo gemeinsam an. Der Double Exposure Effect, der hatte vor allem vor circa einem Jahr mal so eine richtige Hochphase. Da wurde der wirklich sehr, sehr oft benutzt. Aber man kann ihn natürlich auch jetzt noch benutzen und meiner Meinung nach ist es ein ziemlich cooler Effekt, der einen speziellen Look einfach hat. Und wir schauen uns heute einfach mal an, wie das Ganze denn in Affinity Photo so funktioniert. Denn da ist es ein bisschen anders als beispielsweise in Photoshop. Drum reden wir gar nicht mehr weiter drum rum. Wir springen direkt in Affinity rein und schauen uns mal an, wie das Ganze funktioniert. So, wir fangen jetzt einfach direkt an mit unserem Double Exposure Effect. Und das erste, was ich hier gemacht habe, ist ein Bild reingezogen. In diesem Fall habe ich diesen Hirsch hier ausgewählt, was sich auf jeden Fall lohnt, das ein Bild zu nehmen, wie beispielsweise so ein Hirsch, ein Tier, eine Person, ein Porträt, irgendwas in diese Richtung sozusagen, was in dem Vordergrund sein kann. Und zusätzlich eben ein Hintergrundbild nehmen, beispielsweise eine Stadt oder auch irgendwie Berge, eine Landschaft oder Sonstiges. Das harmoniert vom Prinzip her eigentlich immer ganz gut, wenn man ein Objekt hat, das man an der Form erkennt und eins, was eben die Landschaft widerspiegelt. Meiner Meinung nach macht es nämlich wenig Sinn, zwei Landschaften so zu kombinieren, denn dann ist ein bisschen sehr viel Kuddelmuddel drin. Theoretisch könnte man noch einen speziellen Berg nehmen, beispielsweise einen Mount Everest oder so was, und da eine Stadt reinmachen, aber meistens funktioniert es tatsächlich besser und sieht meiner Meinung nach eben besser aus, wenn man so ein Bild oder ein Porträt oder ähnliches dafür benutzt. Jetzt aber genug geredet, wir fangen direkt mal an. Das erste, was wir hier machen, sobald wir das Bild hier einfach per Drag & Drop in Affinity Photo reingezogen haben, ist, wir wählen unsere Hintergrundebene aus und drücken Command & J, beziehungsweise Steuerung & J, um diesen zu duplizieren. Und wir sehen schon, wir haben eine zweite Hintergrundebene, auf der wir jetzt arbeiten werden. Und dann ist es eigentlich ganz leicht. Dazu habe ich auch schon mal ein Tutorial gemacht, denn wir schneiden jetzt unseren Hirschen hier aus. Ich mache das in diesem Fall jetzt mit unserem Auswahlpinsel. Mit Hinzufügen hier, wichtig, dass Hinzufügen steht, nicht Subtrahieren. Subtrahieren ist Abziehen, Hinzufügen ist Hinzufügen, ja. Gut, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Wir machen das Ganze etwas größer und wir malen einfach an unserem Hirschen mal so, dass der ganz markiert ist. So, und sobald wir unseren Hirschen ausgewählt haben, hier haben wir noch einen kleinen Punkt, den wir noch vergessen haben auszuwählen, dann drücken wir einmal hier unsere Maske und dann haben wir unseren Hirschen im Endeffekt ausgeschnitten. So, jetzt können wir das Ganze deselektieren, sodass wir diese Linie außenrum nicht mehr haben. Dafür einmal Command und D, beziehungsweise Steuerung und D drücken. Und wie wir jetzt sehen, haben wir an den Kanten leider noch sehr harte Bereiche. Das können wir aber ändern, indem wir hier einmal auf die Maske klicken mit einem Rechtsklick und dann Maske verfeinern machen. Und mit der Maske verfeinern können wir jetzt einfach hier etwas unsere Maske verbessern und dadurch ein smootheres Ergebnis im Endeffekt bekommen. Außerdem können wir natürlich hier noch malen und dadurch verbessert der nochmal unsere Auswahl. Wie man hier sieht, da war es vorher noch weiß. Etwas größer können wir unseren Pinsel schon noch haben. So in etwa. So. Sobald wir unsere Maske so verfeinert haben, dass es für uns in Ordnung ist, drücken wir hier einmal auf Anwenden und das Ganze sieht schon besser aus als gerade eben noch. Jetzt, unser nächster Schritt ist erstmal noch eine Ebene zu erstellen, die weiß ist. Um diesen klassischen Look zu bekommen. Wir klicken einmal hier unten drauf auf neue Ebene, erstellen unsere neue Pixel-Ebene, gehen dann hier rüber auf unseren Färbeeimer und schauen, dass wir hier oben weiß ausgewählt haben. Dann klicken wir einfach einmal rein und haben unsere weiße Ebene. Die ziehen wir jetzt einmal nach unten, sodass wir unseren Hirschen vor einem weißen Hintergrund haben. Jetzt geht es daran, dass wir unseren zweiten, unser zweites Bild reinziehen. Das mache ich einfach mal ganz kurz. Wir haben hier unser zweites Bild, das wir nehmen wollen. In diesem Fall eine Stadt von oben. Und das Ganze machen wir jetzt einfach so groß, dass es unser Bild überdeckt. So. Soweit, so gut. Und unser nächster Schritt ist es, unsere Hintergrund-Ebene einmal zu nehmen nochmal und zu duplizieren. Nochmal mit Command-J. Dann ziehen wir den ganz nach oben und sagen hier einmal rastern. Denn durch das Rastern haben wir die Option sozusagen, dass unsere Maske direkt eingebunden wird. Und so wollen wir das Ganze haben. Denn was wir als nächstes machen ist, wir ziehen unseren Hirschen wieder in den Hintergrund und nehmen unsere Stadt. Und die Stadt nehmen wir jetzt mit unserem Mausklick, ziehen sie unter den Hintergrund und nach rechts. Denn dadurch wird eine Maske generiert, die der Hirschform entspricht. Und jetzt ist es eigentlich schon die halbe Miete. Denn wir haben ja unseren Hirschen schon und die Stadt genauso ausgeschnitten. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen unsere Anwendung, wie das Ganze angewendet wird, einmal noch ändern. Und dazu haben wir mehrere Möglichkeiten. Normalerweise sollte Durchschnitt ganz gut funktionieren. Und siehe da, unsere Hintergrund-Ebene ist sozusagen in einem Double-Exposure-Effekt mit unserem Hirschen. Aber wie wir jetzt sehen, ist unser Hirsch vielleicht noch nicht zu 100% erkennbar. Und das können wir beheben, indem wir mit unseren Levels spielen, beziehungsweise mit unserer Tonwert-Korrektur. Und zwar gehen wir dafür einmal auf unsere Hintergrund-Ebene, gehen hier nach unten und klicken die Tonwert-Korrektur an. Und mit unserer Tonwert-Korrektur, die wir in diesem Fall jetzt unter unsere Hintergrund-Ebene ziehen, Damit sie auch wirklich nur auf diesen Bereich angewendet wird, haben wir eben jetzt die Möglichkeit zu definieren, sozusagen, wie stark Bereiche von unserem Bild zu sehen sind. Wir können die stärker machen, indem wir sie dunkler machen im Endeffekt. Oder wir können sie heller machen, indem wir das Ganze in die andere Richtung ziehen. Und dann ist er weniger durchsichtig, der Hirsch. So, irgendwo so finde ich es theoretisch eigentlich echt ganz cool. Jetzt haben wir aber natürlich auch noch die Möglichkeit zusätzlich, hierauf einmal eine Maske zu legen. Und mit dieser Maske können wir nämlich, wenn wir das Ganze etwas größer machen, auswählen, welche Bereiche stärker sichtbar sind und welche Bereiche weniger stark sichtbar sind. Denn wir können, wie man hier sieht, unseren Hirschen wieder hervorbringen. So, so wollen wir das natürlich aber nicht machen, sondern wir wollen unsere Deckkraft etwas nach unten setzen. Den Fluss setzen wir auch nach unten, so um die 30 und schauen, dass die Härte auch auf 0 ist, dass wir keine harten Kanten haben. Und jetzt können wir damit eben bestimmte Partien von unserem Hirschen wieder deutlich stärker hervorheben. Das ist jetzt einfach Geschmackssache, wie stark man das Ganze wieder zurückholen will im Endeffekt. Da gibt es kein richtig oder falsch. Ich will hier vor allem jetzt das Gesicht nochmal ein bisschen rausarbeiten. Die Ohren eventuell auch noch ein bisschen. Und so finde ich es persönlich schon ganz cool. So, hier noch ein bisschen mehr. Ja. So gefällt mir das ganz gut, dass man den hier schon auch schön erkennt. Und das ist im Endeffekt unser Double Exposure Effekt. Also wie man sieht, es ist gar nicht so schwierig, so einen Effekt zu erstellen. Man kann das Ganze jetzt natürlich auch wieder zurück in irgendeine andere Szenerie setzen. Ich persönlich finde es aber auch mit einem weißen Hintergrund echt ganz cool. Und wenn wir uns nochmal anschauen, was wir im Endeffekt gemacht haben in einer kurzen Zusammenfassung, dann haben wir im Endeffekt unseren Hirschen genommen, einmal ausgeschnitten, einen weißen Hintergrund eingefügt, die Maske natürlich von unserem Hirschen bearbeitet. Dann haben wir unser Bild reingezogen, unser Hintergrundbild, unseren Hirschen als Maske genommen, sodass der Hintergrund eben nur noch da zu sehen ist, wo unser Hirsch auch wirklich ist. Dann haben wir unsere Tonwertkorrektur gemacht. Man sieht schon den Unterschied von den beiden ohne und mit Tonwertkorrektur. Also es sieht deutlich besser aus mit unserer Tonwertkorrektur. Da einfach so rumspielen, dass es eben gut aussieht. Und danach haben wir noch eine Maske gemacht, in der wir nochmal unsere Details von dem Bereich rausgehoben haben, wo wir das Ganze eben haben wollten. Ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Falls euch dieses Tutorial zu Affinity Photo gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig von euch über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren kostet natürlich auch nichts und ihr verpasst keinerlei Affinity Photo, DaVinci Resolve oder sonstige Tutorials, die hier eventuell noch kommen, mehr. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch eine wunderschöne Woche, eine schöne Weihnachtszeit natürlich auch. Macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao!